Herzlich Willkommen im Ampatek Service Center. Heute zeigen wir Ihnen bei einem Canon iSenses LBP223 Laserdrucker, wie Sie die Tonerkartusche wechseln. Öffnen Sie zunächst die Frontklappe durch Druck auf den Knopf an der rechten Seite und ziehen Sie die Tonereinheit am Griff aus dem Gerät. Wir verwenden für den Austausch natürlich unser hauseigenes Ampatek Produkt mit fünf Jahren Garantie. Nach Entfernen der Transportsicherung schieben Sie die neue Tonerkartusche wieder ins Gerät und schließen Sie die Klappe. Das war es auch schon. Ihr Kennendrucker ist nun wieder betriebsbereit. Vielen Dank für Ihren Besuch im Ampatek Service Center.